Oh, oh, hab ich da geklärt? Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder Rocket League und sind hier in der Lobby gejoint, die schon gestartet war, eine 10 Sekunden. Und wir führen 1-0. Sind da scheinbar in der nicen Lobby gejoint. Jetzt mach ich hier fast das Eigentor, klär den Ball dabei aber. Oh Mann, das war vorher noch nicht so ganz so klar. Jetzt wird der Ball wieder geklärt vom Kollegen diesmal. Ich bring den jetzt in die Mitte. Ah, schade. Da konnte ich nochmal das Schlimmste abwenden erstmal. Nämlich, dass der Ball irgendwie doch ins Tor hüpft. Nein. Oh, oh, hab ich da geklärt? Nein, ich hab nicht geklärt. Oh, ich dachte erst, ich hätte geklärt. Mein Ping ist wieder nicht so nice, weil ich am Hochland bin. Hier hab ich erstmal geklärt, aber dann kam er. Oh, ah, da macht er ihn selbst rein. Oh, wie ärgerlich. Das gibt's nicht, ne? Wie fucking ärgerlich das immer ist. Wo ist der Ball jetzt hier? Oh, man driftet schon wieder so ein bisschen ab hier. Das gefällt mir gar nicht. Und der Ball ist auch schon wieder im Tor. Mein Ping gefällt mir aber auch nicht, Freunde. So ist es halt im Game ab und zu mal. Ja, hier sehen wir es. Oh Mann, oh Mann. Konnte man nicht klären. Ja, da muss ich gar nicht erst hinfahren. Nachhinein kann ich dann aber hinfahren. Das war einer vor mir wieder mal. Nein! Ich kletter den Ball nach hinten. Alles geklärt auf jeden Fall erst mal. Kommt der jetzt hierhin irgendwie? Nein, kommt er nicht. Doch jetzt. Bam, Zerstörung. Oh, wo bin ich und wo ist der Ball? Der Ball kommt gefährlich. Konnte ich aber klären ohne große Probleme. Warte. Ah, schade. Nein, komm ich nicht ran. Das gibt's doch nicht. Komm schon hier. Einen zu stören, jawoll. Ah, den hat er gut geklärt erst mal. Oh, und den macht er verdammt gut. Aber erst mal geklärt. Oh, warum schiebt er mich weg? Das gibt's doch nicht, ne. Jetzt schieb ich zurück weg, ne. Ja, dann werde ich schon wieder weggeschoben. Oh, der kommt aber gut, glaube ich. Ah, der geht vorbei. Schade. Aber. Ah, da klären die den Ball. Nein, der kommt zu gut. Da komm ich nicht mehr ran. Fuck, ey. Da wollte ich ihn noch zur Seite stoßen. Kam aber nicht mehr ran. Oh, Mann, oh, Mann. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wir starten alle von hinten. Das ist die Chance. Warum hat der so einen Ultra-Start? Cheater, oder was? Glanzparade krieg ich hin. Nice. Unterfreiungsschlag auch, ne. Und nochmal Befreiungsschlag wahrscheinlich gleich. Nein, erstmal nicht. So, und sich jetzt andere die Lorbeeren ab wahrscheinlich hätten. Nice. Okay. Warum kommt der irgendwie in die Mitte? Nein, kommt der nicht. Wo ist der? Da oben. Ich krieg die Mitte fett, passt. Obwohl der... Oh, die machen den selbst rein. Das gibt es nicht. Und ich krieg die Vorlage. Sehr nice. Lennart hier. Mit dem Ball in die Mitte. Und dann... Ja, machen sie es in Zusammenarbeit selbst rein. Oh Mann, oh Mann. Da geht noch was, Freunde. Da geht noch was. 36 Sekunden. Ein Torabstand. Da ist noch was drin. Fuck. Okay. Nein. Ich mach ihn fast selbst. 10, 9. Ach, nee, das wird nichts mehr. Nur durch ein Wunder. Nee, das wird nichts mehr. Schade, schade. Aber wir machen natürlich noch ein zweites Match wie immer, wenn wir hier spielen, Freunde. Ich schiebe mal die Maus zur Seite. Oh Mann, ich hoffe jetzt, dass mein Ping besser wird. Ich schaue mal kurz auf meinem Handy vorbei, was es so Neues gibt. Alle wollen Rematch. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen. Aber jetzt kommt erstmal eine andere Location. Und auch ein anderes Team bis hin auf... Der Aufbau ist anders. Ach, ich habe noch Verfolgerkameraden. Ah, wohin Lennart? Falsche Richtung. Ja, komm, hör mir auf. Da hätte ich ihm fast klären müssen schon. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Der war gut eigentlich. Oh, der kommt gut. Hüpf doch rein! Ja, ich dachte schon, der hüpft nicht rein, Alter. Wir sehen was, wie lange es einfach dauert, bis er drin war. Und dann können die den nicht mehr klären, zum Glück. Da hat sich richtig Schwein dann noch. Ich fahre mal langsam hin. Ah, die hauen den einfach komplett weg schon. Wo ist der Ball? Ach, da hinten auf dem Weg ins Tor. Oh, da geht es sogar rein. Nice. 2-0 für immer. So schnell kann es gehen, Freunde. Oh, Mann, da hüpfen sie alle vorbei. Und dann geht der Ball halt einfach rein. Kein Problem. Kein Problem. Jetzt muss ich erst einen Ballkontakt kriegen. Bam, hab ich bekommen. Oh, einen Torschuss hab ich bekommen, aber leider geht der nicht rein. Ah, den klären. Nee, schade. Nein. Zum Glück springt der hoch. Was ist denn keiner kriegt erstmal? Wo ist der Ball jetzt schon wieder da? Ah, den klären die noch. Oh, und da machen die das Tor. Wir sehen was. Hier streiten wir uns zu dritt um den Ball. Einer klärt und dann ist er quasi, ja, muss er gar nichts mehr machen. Ich kann dann noch abwarten, dass der Ball ins Tor geht und das war's dann quasi. Oh, Mann, wie ärgerlich. Brauch ich wieder First-Ballkontakt. Bam. Hab ich auch bekommen wieder. Wie ist der Ball jetzt? Er hat auch eine Krone auf, einer von denen. Ich fahre jetzt erstmal ins Tor. Rettung krieg ich hier, obwohl ich da gar nicht dran war, glaube ich. Aber naja, egal. Ich krieg die Rettung und das zählt am Ende. Ah, Fell. Komm, komm, komm. Jawohl. Oh, ist er aber jetzt schon wieder? Ah. 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 Nein, was mache ich? Phil, nein, nein, da geht er rein, 2-2. Das gibt es nicht, Freunde. Ärgerlich, 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 dass der da so reingeht. Und jetzt müssen wir Gas geben. Da habe ich nicht den ersten Ballkontakt gehabt. Oh, wohin klärt er den? Ah, den klärt er, schade. Aber der kommt nochmal. Und wieder kommt! Bam! Da mache ich das Tor. Habe ich schön abgezogen, das Tor von ihm. Hier sehen wir es, eigentlich wäre er auch so reingegangen. Wahrscheinlich, zumindest. Und ich habe ihn dann schön geklaut. Aber das macht ja nichts. Am Ende zählt der Sieg, Freunde. Und dass ich MVP werde, natürlich. Das zählt natürlich auch. Ja, keine Frage. Das zählt eigentlich sogar noch mehr. Am meisten. Nein! 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 Ich werde nicht MVP. Das gibt es nicht. Da fahre ich vorbei und dann kommt er da an und staubt den Ball noch ab. 3-3. Eine Minute noch. Komm! Komm! Ah, an die Latte! Ah, an die Latte! Das gibt es nicht, Freunde! Wo kommt der Ball runter? Bam! Nein! Vorbeigejumpt! Aber da jumpt einer dann richtig. Oh, da werde ich weggeschubst und kann den Ball deswegen nicht klären. Aber jetzt! Nein! Zurück, 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 zurück! Ah, der wäre reingegangen. Aber jetzt müssen wir Gas geben. Erster Ballkontakt habe ich mir gesnackt. Da wurde ich von hinten abgeschubst. Oh, komm schon! Immer werde ich von hinten geschubst. Was soll die Kacke? Ah, schade! Da werde ich abgeblockt in letzter Sekunde. Fallrückzieher. Und? Ah, da hätte ich mir fast selbst die Vorlage gegeben. Da hinten ist der Ball. Wo ist er jetzt? Da oben. Ah, da kam er wieder angerast. Aber so mehr oder weniger ohne Plan. Oh, fuck! Jetzt ist der Ball hinten. Nein! 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 Die mocken ihn, oder? Nee, der geht vorbei. Oh, ich dachte kurz. Aber jetzt wird's gefährlich auf jeden Fall. Nein! Der hebt ihn über mich drüber! Aber gerettet! Nice gerettet! Nein, ich flieg vorbei! Bam! Dann zerstört! Oh, die klären denn da oben schon. Nein! Oh, wieder gerettet! Oh, nein! Ich wollte ihn retten! Und da verlieren wir das Ding! Das gibt es nicht, Freunde! Das gibt es nicht! Hier sehen wir es nochmal. Da komme ich, um es zu retten. Aber dann kommt auch irgendwer anders. Und dann war es vorbei. Schade. Wir haben das Match verloren. Aber ihr schaltet natürlich morgen auch wieder ein, wenn wir wieder eine Runde Rocket League spielen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sage bis morgen! Haut herein! Ciao!